Jo, was geht ab liebe Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. So, es geht weiter für uns. So, und hier hoch. Perfekt. Nächster Scanner. Ja, machen wir. So, also da ist schon mal das erste, was offen ist. Hoch. So, du bist Nummer 1 und da könnte Nummer 2 sein. Ist das aber nicht. Wo ist denn Nummer 2? Da bist du. Boah, aber wir können doch von da halten fest. Perfekt. Die Strahlungswerte sind rapide angestiegen, Pathfinder. Strahlenbelastung liegt innerhalb des Toleranzbereichs. Ich glaube, das genügt. Glaube ich auch. Das könnte der Hauptschalter sein, den wir suchen. Wir treffen uns dort. Unternehmen Sie nichts ohne mich. Ja. Beim See war ja quasi das Ende dieses ganzen Dings. So, beim See muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Ich vergesse eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Ja. Obwohl, war hier noch irgendwas? Du, diese Tür kam ich ja nicht, ne? Obwohl doch. Wie kam ich denn jetzt nochmal sicher zum See? Das war mega schwierig beim letzten Mal. Hm, Schroßflänzer. So, zum See. Zum See, zum See geht's da runter. Da sind Cats. Pathfinder, die Geisel hat diese Reliktstätte erreicht. Feindliche Aktivität präsent. Feinde! Hm? Schroß, 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 schroß. WTF? Shit! Ich zieh so eine Scheiße zusammen gerade. Ey die macht mein Auto schmutzig, was soll denn das? Und das wars für ihn! Nice Diese Reliktstätte hat die Geisel angelockt, Pathfinder Wait a minute Instabile Aktivität in der Nähe Nice Was ist denn hier? Wird immer noch nicht ganz schlau, das ist ja ganz normal was hier eigentlich sein soll Im Prinzip Upsi Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert Ne, der ist schon drin Irgendwas vielleicht, ich werde von irgendwas attackiert gerade Ja, brauche ich das jetzt wieder erhoffen? Nein, scheiß drauf So, der See war... warte mal Wir kommen durch! ... 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 Der Heck ist auch unterirdisch. Mal sehen. Es öffnet sich. Ich sehe eine Tür. Vorwärts! Wow. Es bildet sich einer Brücke. Sieht stabil aus. Falls nicht, müssen wir schwimmen. Keine relevanten Daten. Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Ja, endlich. So, und beim letzten Mal sind wir hier stehen geblieben bei der EA Access Version. Aber im Gegensatz zu damals, kommen wir jetzt hier durch. So. 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 Nein, nein, das kann nicht sein. All das Trara für einen leeren Raum? Hier muss irgendwas versteckt sein. Machen Sie Ihr Pathfinder-Ding. Oh, Sie sind gut. Wollen wir sich verscheißern, ja, ne? Oh, das sieht bei mir so leicht aus. Wie tief es da wohl runter geht. Der Luftdruck kann es nicht sein. Elektrostatik? Ah, Gravitation. Oh, du Idiotin, Pibi. Das hier ist der Vordereingang. Wir werden sehen. Hey! Wie ein Gravitationsschacht. Ja, aber wohin bringt er uns? Ins unbekannte Rider. Na, was haben wir denn hier? Sieht wie ein Bunker aus? Oder ein Gewölbe? Wie Sie es auch nennen. Die Steuerung für den Atmosphärenwandler könnte irgendwo hier unten sein. Finden wir's raus. Yay, und da sind wir. Alles hier könnte wichtig sein. Sehen wir uns gründlich um. Erstmal zur Konsole. Ich denke, dieser Gravitationsschacht funktioniert auch in die andere Richtung. Dann haben wir einen Ausgang. Sie wollen doch nicht etwa schon gehen, oder? Nicht, bis wir die Steuerung für den Atmosphärenwandler gefunden haben. Der Energiefluss ist minimal. Ich bezweifle, dass es den Atmosphärenwandler in Gang gesetzt hat, aber... Hachweiter. Unter dem Boden wurde eine Leitung aktiviert, durch die jetzt Flüssigkeit strömt. Sie könnte ein Notstromsystem versorgen. Ihr Scanner müsste Ihnen weitere Einzelheiten liefern. Kein Anzeichen von irgendwelchen Kett. Vielleicht kommen Sie nicht in das Gewölbe rein. Sie aber schon. Es wird Ihre Aufmerksamkeit gering. Ich glück's, Pilz. Ich sehe die Leitung, Sam. Was auch immer sie ist, sie führt aus dem Raum. Wow. Ich hatte wirklich gerade erst an der Oberfläche gekratzt. Diese Datenmusterdinger sind unglaublich. Wenn ich richtig wiege, kann jedes von Ihnen hunderte Zettabyte speichern. Es gibt ganze Spezies, die mit weniger auskommen. Ich registriere leichte Beschädigungen. Das Muster deutet auf das Vorhandensein maßgeblicher Daten hin. Sie sind allerdings nicht zugänglich. Diese Tür müsste eigentlich funktionieren. Mit Energie wird sie versorgt, oder? Brauchen wir vielleicht ein Passwort? Was ist mit diesen holographischen Mustern? Können Sie eins scannen? Was für ein Ding? Müsste es so tief unter der Erde nicht wärmer sein? Was ist denn das? Ich konnte einen Satz rekonstruieren. Auslesen, um Zugang zu erhalten. Diese Konsole ist mit Anlagen an der Oberfläche verbunden. Dann muss sie den Atmosphärenwandler steuern. Da sind keine Glyphen. Es sieht inaktiv aus. Oder abgeriegelt, wie das meiste hier. Die Leitung führt zu dieser Konsole und von dort aus tiefer in das Gewölbe hinein. Wenn wir ihr folgen, könnte sie uns also zum Ursprung der Systemabriegelung führen. Sie ist offen. Noch ein Gravitationsschacht und... Das ist neu. Was ist das? Ein Machtsymbol? Ein Schlüssel? Wir könnten endlos über die Relikte spekulieren. Aber was wir brauchen, sind Fakten. Mal sehen, was ich über dieses Prachtstück herausfinden kann. Vielleicht hier entlang. Zu dem, was diesen Ort abregelt, geht's da lang. Ich arbeite am besten allein. Sie bringen das Gewölbe in Gang. Ich untersuche das Artefakt. Und wir finden gemeinsam raus, was es mit diesem Ort auf sich hat. So, das will ich aufteilen? Sie sehen sich nicht oft Horrorfilme an, oder? Wir haben keine Ahnung, was uns hier unten erwartet. Und wenn wir etwas übersehen, weil wir aufeinander kleben, werden wir das auch nie rausfinden. Ich werde vorsichtig sein. Halten Sie einfach Funkkontakt. Ich bin auf Frequenz 145,8. Passen Sie auf sich auf. Zehn Credits darauf, dass ihr in einer Stachelgrube endet. Okay. Der Gravitationsschacht ist abgeregelt. Da kommen wir nicht durch. Genau genommen bezeichnet Gravitationsschacht den Gravitations-Effekt einer großen Masse im Weltraum. Dies hier ist er ein Schacht mit variabler Schwerkraft. Okay, noch eine Notiz für unsere Asari-Freunde. Und für uns, wenn wir das alles irgendwann mal erklären müssen. Ich erkenne keinerlei Interface-Verbindungen. Die Barriere kann nicht manuell beseitigt werden. Okay. Schade. Check, check. Hier spricht... Ach, Sie wissen schon, wer. Wir hören Sie, Pibi. Halten Sie die Verbindung aufrecht. Sie haben sich beim Bau dieses Ortes durch massiven Fels gegraben. Sehen Sie mal da oben. Ich schätze, so verhindern Sie, dass hier alles einstürzt. Mhm, 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 mhm. Lass mich raten. Ich glaube, Sie haben nicht gesagt, Sie haben das Wasser fallen. Wow. Was für eine Flüssigkeit ist das? Sie entspricht keiner bekannten Klassifizierung. Der einzige Weg hindurch führt nach unten und darauf zu. Eine unbekannte Legierung und weitere Komponenten. Die Zusammensetzung ähnelt der von Universal. Vielleicht ist das ja die Flüssigkeit in der Leitung. Mhm. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, was wir hier machen. Und, hepp. Alles hier ist von einem tiefen Brummen durchzogen. Spüren Sie das auch? Darüber können wir uns später Gedanken machen. Jetzt müssen wir uns darauf konzentrieren, den Ursprung der Systemabriegelung zu finden. Oh, hey. Falsche Waffe am Start. Oh, das ist mein Sturmgewehr. Das ist mein Sturmgewehr. Ach, du Scheiße. Kassen Sie auf, dass Sie nicht in diese Flüssigkeit fallen. Sie brennt sich durch die Schilde. Das musste ich am eigenen Leiter fahren. Der Fall, wieso treffe ich den nicht? What the�? What the Fuck. Fuck. What the f*** sheht? What the f*** sheht? Wo bist du denn? Scheiße, das ist ein Achtung. fang, 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 fang Was für Boah? Hätten wir nicht Ich brauche Munition Leute Wo ist der? Yes, Jackpot Sieht aus wie ein Schild Könnte nützlich sein Ich höre irgendwas was mir grad gar nicht gefällt Unfassbar All das für einen Atmosphärenwandler? Was für ein Ort ist das hier? Gute Frage, nächste Frage Reiche durch? Perfekt Ein Behälter Was ist denn da drin? So, das haben wir auch Irgendwas schon gesehen Warte Wie viele brauchen die eigentlich? Wenn diese Flüssigkeit tatsächlich so etwas wie Universalgel ist, könnte sie diesen Ort am Laufen halten Sind das da unten Straßen? Ich kann nicht mal sehen wo sie enden Schild Schild Wir haben Gesellschaft Jungs Ich hoffe ich seid alle bereit Da oben Noch mehr Relikte Was sind das? Oh, dein Schild Das schilder yourself you son of me bye bye Zeig dich, zeig dich, zeig dich, show me your face Asurin? jetzt haben wir es das munition glückseligkeit so liebe Leute ich wollte mal sagen ich mache hier einen folgen break wir bleiben uns jetzt mal fürs zuschauen bis zum nächsten part von mass effect andromeda bis dahin haut rein und tschüss